Eine Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Düsseldorf-Holthausen. 1935 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 520 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.